Shishtasana 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 gehört zu den Meditationshaltungen und ist identisch mit Stirasana. Setze dich auf den Boden und gib den rechten Fuß unter den linken Oberschenkel. Gib den linken Fuß unter den rechten Oberschenkel, indem du die Zehen zwischen Unter- und Oberschenkel hindurch gibst. Setze dich dabei gerade hin und so bist du dann in Shishtasana.